Lucy Höflich Eigentlich Helene Lucy von Hollwede war eine deutsche Schauspielerin. Leben, Theater und Filmarbeit Ihre Mutter war Dora von Hollwede, ihr Stief- und Adoptivvater Georg Höflich, Schauspieler und Regisseur am Berliner Schauspielhaus. Lucy Höflich begann ihre lange Theaterlaufbahn mit 16 Jahren am Theater von Bromberg und kam 1901 an das Intime Theater von Nürnberg, im Jahr darauf an das Wiener Raimund Theater. 1903 debütierte sie am Deutschen Theater in Berlin. Sie blieb hier mit einigen Unterbrechungen engagiert bis 1932. Sie überzeugte in dieser Zeit besonders in naturalistischen Theaterstücken Gerhard Hauptmanns wie Rose Berndt oder Henrik Ibsens wie Nora. Auch als Franziska in Minna von Barnhelm und Grätchen in Faust errang sie allgemeine Anerkennung. Ihre Filmkarriere begann 1913. Auf der Leinwand dominierte sie zwar nie wie am Theater, doch war sie über Jahrzehnte hinweg in vielen bedeutenden Nebenrollen zu sehen. Meist spielte sie Mütter, darunter auch in den beiden Propagandafilmen Der Fuchs von Glenarven und Ohm Krüger. 1933 verließ höflich das Deutsche Theater aus politischen Gründen und übernahm die Direktion der Staatlichen Schauspielschule Berlin. Ab 1936 führte sie dann ein eigenes Studio für Schauspielnachwuchs an der Berliner Volksbühne. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde sie 1937 mit dem Titel Staatsschauspielerin ausgezeichnet. Bis 1940 gab sie noch Gastspiele als Darstellerin, insbesondere an der Volksbühne und am Schiller Theater. Nach dem Krieg leitete sie als Nachfolgerin von Werner Bernhardi von 1947 48. bis 1950 das Staatstheater Schwerin. Danach trat sie wieder auf Westberliner Bühnen auf, darunter das Häppel-, Schlosspark- und Schillertheater. Sie war Mitglied des 1. Volksrates der SBZ. Lucy Höflich war von 1910 bis zur Scheidung 1917 mit dem Kunsthistoriker Anton Mayer verheiratet. Aus dieser Ehe stammt die Schauspielerin Ursula Höflich. Danach war sie kurzzeitig, vom 9. August 1921 bis zum 13. Juni 1922 die Ehefrau des Schauspielers Emil Jannings. Im April 1956 erlitt Höflich in Iserlohn bei einer Gastspielreise des Schlossparktheaters einen schweren Herzanfall, von dem sie sich jedoch erholte. Sie starb 1956 im Alter von 73 Jahren in ihrer Berliner Wohnung. Posthum wurde sie 1957 für ihre Leistung als Frau Bäumle in dem Spielfilm Anastasia, die letzte Zarentochter mit dem Deutschen Filmpreis als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Ihre letzte Ruhe fand sie in einem Ehrengrab der Stadt Berlin im Feld 7 des Berliner Friedhofs Dahlem. Der Fall Höflich – im Zusammenhang mit Lucy Höflichs Tod entwickelte sich eine Diskussion über das Problem der Altersversorgung von Bühnenkünstlern. Lucy Höflich verfügte über keine Altersversorgung, da die von der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger ins Leben gerufene Münchner Versorgungsanstalt 1938 als die Pflichtversicherung eingeführt wurde, nur Künstler aufgenommen hatte, die das 45. Lebensjahr noch nicht überschritten hatten. Kurz vor Höflichs Tod hatte Boleslav Barlog, Intendant der Westberliner staatlichen Schauspielbühnen, ihr brieflich den Ablauf ihres Vertrages zum 31. Juli 1957 mitgeteilt. Nach Vorwürfen in der Presse erklärte Barlog, er habe Höflich fünf Jahre lang an seinen beiden Häusern gehalten, obwohl der Berliner Rechnungshof mehrfach gemahnt habe, eine so selten auftretende Schauspielerin nicht als festes Ensemble-Mitglied zu beschäftigen. Zudem habe er der Schauspielerin versprochen, sie im Rahmen von Stückverträgen weiter zu beschäftigen. Zum Zeitpunkt von Höflichs Tod plante der Senat von Berlin die Einführung eines Ehrensolls für ältere Künstler, der eine Altersversorgung sicherstellen sollte. Auszeichnungen 1937, Ernennung zur Staatsschauspielerin 1946, Ehrenmitglied des Deutschen Theaters Berlin 1947, Ernennung zur Professorin 1953, Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland 1957, Deutscher Filmpreis für Anastasia, die letzte Zarentochter.